Soße ist mittags bei mir zu Hause. Meine Tante spricht über einen Film, Opel über Fußball, Papa über seine Geschäftsreise, meine Schwester über ihren Freund, aber alle gleichzeitig. Zum Glück bringt Mama dann die Soße. Und endlich komme ich auch mal zu Wort. Muuuuh! Knorrfeinschmeckersoßen machen ihre Mahlzeit besonders lecker.